Die gibt es auf jeden Fall noch in diesem Gebiet. Deswegen werde ich die jetzt mal machen. Joa. Und dann würde ich ganz gerne noch mal so eine Schiffsmission machen. Alter, solch miesen kleinen Motherfucker. Keine Eier in der Hose, aber Waffen in der Hand. Und los, kommt her. Halt dich da raus. Ey. Komm schon. Boah. Fett. Scheiße, sowas, ne? Nicht so eilig. Immer mit der Ruhe. Och, Mann, ey. Wieder hier mal eine Kombo. Och, Mann, ihr kleinen Wichser. Ihr könnt alleine gar nichts. Nicht mal zu zweit habt ihr eine Chance hier. Och, Mann, ey. Immer im richtigen Augenblick, ne? Alter, dieses verkackte Timing von den kleinen Motherfuckern. Och, ja, komm. Nicht mit mir hier. Oh, falsche Taste gedrückt. Ich weiß gar nicht, wie viel halten die überhaupt aus? Hier, die Kollegen. Die Verbündeten von der Assassinen-Gilde hier. Zack. Klingeln, Schädel. Und du auch. Meine Fresse. Ist jetzt hier bald mal Schluss? Es geht mir ja schon langsam auf die Nerven hier, was die für... Alter, noch einer? Wollt ihr mich verarschen? Innen kommen noch mehr. Egal, ich metzel euch alle ab, ihr Pissnacken. So, Ruhe hier. Meine Fresse noch mal. Meine Fresse noch mal. Was geht mit denen ab? Wie viele waren das jetzt? 20? Alter Schwede. Kann man eigentlich... Oder können die auch wieder aufleveln, hier die Verbündeten? Och, komm schon. Wirklich. Wenn du willst. Na los, komm. Bam. So. Kann ich noch mehr plündern? Alter, was für Leichenberge hier schon sind, ne? Und es kommen immer noch mehr. Aber müssen die wissen. Zack. Oh, das darf nicht wahr sein. Wo kommen die denn alle her? Meine Fresse noch mal. Ist hier irgendwie ein Rattennest? Du auch? Bam. Ja, du bist zu langsam, du Trottel, ey. Und schön den Schädel spalten, ey. Alter, noch einer. So. Alter. Das ist ein Witz. Alter. Was ist denn hier bitte los? Die legen es wohl drauf an, alle zu sterben. Ich meine, wenn es dafür wenigstens Erfahrungspunkte geben würde fürs Töten oder so, ne? Aber ich glaube, das gibt es nicht mal. So. Ruhe. Alter, ne. Ich hab keinen Bock. Sonst kommen noch mehr, ey. Dann komm ich da nie weg. Ah. Ach ja. Schön. Oh. Oh, das Lager, welches ich ausgerottet hab hier. Ausgerottet klingt böse. Ich hab's ausgelöscht. Na, nochmal? Oh, wollen nochmal. Na gut. Oh, jetzt kommen sie hier mit einmal alle. Ach, kommt schon. Ach, fick dich. Fick du. Stinkendes Stückchen Kot. Ach, Mann. Rekrut verletzt. Okay. Zack. Jawoll. Genau so. Uh. Au. Das sah schmerzhaft aus. So. Wenn ich schon mal hier bin, plündere ich auch gleich. Müssen wir ja schließlich das, äh, Geld bezahlen dafür, dass ich gleich da wieder den einen Heino bestechen muss. Ne? Okay, der ist verletzt. Die Frage ist jetzt, ist er jetzt, äh, nie wieder verfügbar oder nur vorübergehend? Oh, Gott. Oh, falsche Taste hier wieder gedrückt. Deswegen krieg ich hier schon wieder aufs Maul. Ach, komm schon. Halt dich da raus. Ach, du auch noch? Na gut. Oh, das ist ein etwas dickerer. Oha. Ach komm, nicht ernsthaft. Schieb ab. Wey. Ey. Das finde ich aber nicht nett. Ey. Allein schon. Wie ich einfach nichts gegen den machen kann. Und warum habe ich jetzt gerade so miese Frame-Einbrüche hier? Ne, ne, ne. Allein schon. Was ist denn das für ein Motherfucker, ey? Ganz ehrlich. So ein kleiner Pisser. Oh, ey. Muss da wieder so ein kleiner Schwanzlutsche ankommen, ne? Alter, wo bin ich jetzt? Wenigstens in der Nähe. Wir sind das jetzt wieder hier für Markierung. Okay. Okay. Wo ist die denn da? Stück weit da geradeaus. Die schon. Los, weit. Hau ab, sonst mach's. Alter. Ach man. Und tschüss. Ihr habt ein großes Herz. Ich gehe heim. Ja, macht das mal. So. Mal schauen, was noch so anliegt. Da ist noch Befreiungsmission. So. Ich wollte... Nein. Falsche Taste. Die wollte ich kurz drücken. Achso. Stehen außerhalb der Stadt nicht zur Verfügung. Okay. Okay. Ich bin wieder in Kognito. Ah, okay. Trotzdem weg. So. Oh, so ein Pech, altes Haus. Ach nee, ne? Ist nicht wieder so einer. Ach, kommt schon. Schiebt ab. Oh geil, diese Zeitbluten-Dinger. Warum sind die jetzt da so? Keine Ahnung, aber sie sehen cool aus. Also. Will ich mich nicht beschweren. Was ist da jetzt mit dem Assassins-Symbol los? Also warum ist das, äh, naja, rot? Na egal. Ich könnte ja auch mal in die Druckerei gehen. Mal gucken, was ich da machen kann. Die man hier irgendwie... Ich kann meine eigene Propaganda quasi hier verbreiten. Der Freiheitsbaum. Mal wieder hier gerade einen totalen, äh, Dings-Einbruch. Nachladen. Erledigt. Gut. Dann. Ab über die Dächer. Und dann sind wir... Oh, sind ja schon gleich da. Cool. Was ist denn mit dem Spinner? Was ist denn mit dem Spinner? Selber Spinner. So, Kriegsrecht. Okay. Starten wir mal die Mission. Willkommen bei den Rotröcken der gefürchtetsten und respektiertesten Truppe auf Gottes grüner Erde. Einige sind freiwillig hier, andere nicht. Doch unabhängig von den Umständen der Rekrutierung seid ihr jetzt alle Brüder. Und ihr habt nur eine Überlebenschance, wenn ihr euch aufeinander verlassen könnt. Ein fauler Apfel kann euch alle das Leben kosten. Ich will, dass ihr gut und lange darüber nachdenkt. Das ist einer der Verantwortlichen dafür, diese Jungs einzuziehen und zu verschiffen. Wir müssen dem ein Ende setzen. Wie lautet dein Plan? Das klingt ziemlich zielsicher. Okay, kann ich die jetzt hier abknallen lassen? Ja, sehr unauffällig. Zack. Den hätten wir und den nächsten unterlaufen sie. Jawohl, das lief doch ganz gut. Jawohl, ja. Neues Mitglied, oder was? Juhu. Uh, Scharfschützen. Geil. Okay, ich gucke mal eben gerade. Attentat, aufwiegeln, Scharfschützen. Nice. Wie sieht es denn mit der Karte aus? Ah, okay. Befreiungsmissionsauftrag. Das machen wir jetzt mal. Interagieren Sie mit Ihnen, um einen Tumult anzuzetteln. Okay. Alter, was soll denn diese scheiß Markierungen? Das ist doch Bullshit. So, ich wollte gerade aber nochmal... Aufträge? Ja. So, was kann ich denn mal machen? Fangen wir mal hier oben an, in Quebec. Ah, okay. Ja, schafft er sicherlich. Wieso kriegt man dafür Pulverfleisch? Äh, Pulverfleisch, äh, Dingsfleisch hier. Hasenfleisch. So. Na, mal schauen, wie das läuft. Ich bewege mich in der Zwischenzeit hier hin. Ich hoffe, es kommt eine Zwischensequenz. Dann dauert das in etwa zwei Minuten und so. Und dann sind sie gerade wieder verfügbar oder auch nicht. Wenn es hier weiter geht. So. Ne, der will mit mir nur spielen. Okay. Also.